In diesem kreativen Anweisungsvideo erfahren Sie, wie Sie mit Dropbox Business alles unter Dach und Fach bringen. Nutzen Sie Dropbox Paper, einen gemeinschaftlichen Arbeitsbereich, in dem Projekte zum Leben erweckt werden. Laden Sie in Dropbox Paper Ihr Team ein und schon kann es losgehen. Hier gelangt Ihr Team in den kreativen Flow. In Dropbox Paper wird automatisch eine Vorschau angezeigt. Modelle, Moodboards und Verweise sind ebenso auf einen Blick sichtbar. Halten Sie das Team auf dem neuesten Stand. Weisen Sie Aufgaben und Deadlines zu. Ermöglichen Sie Teamwork. Dropbox lässt sich nahtlos in andere Tools integrieren. Sie können auch eine Vorschau der Dateien Ihres Teams ansehen und kommentieren, egal in welchem Tool gearbeitet wird. Auch wenn sich das Design ändert, die Links bleiben gleich. Kein Herumsuchen mehr in alten Dateien. Außerdem können Sie überall offline angezeigt werden. Sie möchten Ihre Arbeit teilen? Nutzen Sie dazu Dropbox Showcase, ein visuelles Tool, in dem Ihr Kunde alle Komponenten einzeln prüfen kann. Das erleichtert ihm und Ihnen den Überblick über das Feedback. Außerdem können Kunden auf Dropbox.com nahezu alle Audio-, Video-, Bild- und Textdateien einsehen. Änderungen sind kein Problem. Die Projektdateien werden im selben Dropbox-Ordner aktualisiert. Mit Dropbox Sync werden Sie automatisch auf allen Geräten aktualisiert. So gibt es keine Überraschungen und das Design sieht super aus. Mit Dropbox Business bleibt Ihr Team immer im Flow, damit Sie weiter beste Arbeit liefern. Probieren Sie es aus!